Guten Abend, hier ist Sunny21. Ich spiele heute das erste Mal Barry World. Bitte Däumchen hoch oder abonnieren und wir starten gleich sofort das Spiel. So, einmal kurz ein bisschen Laud und Geschenke, kurz nur so Geschenke erhalten. Nehmen wir doch mit. So. Nein, ich spiele es heute zum ersten Mal, aber ich denke mal, das ist so wie alle Spiele. So wie Super Mario oder andere, wenn man Missionen, Aufgaben, Feinde, Level erhöhen muss, denke ich mal. Na, werden wir schauen. Und nach rechts hast du ein Zeichen zu verschieben. Aha. Aha, gut. Mhm, sehr schön. Ja. Aha, gut, haben wir auch schon mal. Ah, auf die Köpfe. Irgendwie fehlen hier ein paar Buchstaben, aber na gut, wir wissen trotzdem, was du meinst. Aha. Okay, haben wir. So, Gott sei Dank ist das Level. Oh nein. Oh, ich dachte, jetzt komme ich hier hoch nochmal. Na gut, boik. Und ein Schloss. Und drei Sternchen. Na gut, ist ja das erste Level. War ja zum Glück noch einfach. Oh, gut, das wusste ich nicht, dass Werbung hier enthalten ist. Das ist natürlich dann wieder mal nicht so schön. Ne? So, na denn. Ja, wollte ich gerade machen. Und da geht's rein. Ah, nach unten gibt's auch ne Taste, okay. Hehe, weggekickt. Ha, ha, ha. So. Also wie super, Mario. Da gibt's ja auch diesen Stern, sag ich jetzt mal, ne? Genau, wie bei Super Mario gibt's ja auch, wie gesagt, die Stern, irgendwelche Fähigkeiten. Bloß noch kein Puls habe ich entdeckt. Ja, das machen wir mal ganz oben, yes. Ja, also so an sich macht's Spaß. Auch wenn Buchstaben fehlen, aber die Werbung ist natürlich, ne? Ich denke mal bestimmt, wer Lust hat, das Spiel zu spielen, der kann bestimmt bezahlen, dass nicht dauerhaft immer Werbung ist. Blup. Und schwupp. Bupp. Auf jeden Fall sehr unterhaltsam, wenn man mal Langeweile hat. Zack. Und ein Sternchen. Hier. Hier. Mal gucken, wie viele Level wir schaffen. Eine halbe Stunde habe ich ja immer. Und ob man die auch vollzählig alle hinbekommen. 1, 2, 3, so sieht gut aus. Also wenn alles schön vollständig ist, das gefällt mir. Das sieht richtig gut aus. Oh. Oh. Bleibt eigentlich nie hier. Oh. Glaub ich da schon nicht hoch? Ja, aber hoch. Oh. Glaub ich da schon nicht hoch? Ja, aber hoch. Hallo Sternchen. Aha. Gibt man kaputt. Oh. Boat Burns. Huh. Huh. Uh-huh. Oh. So, also die Fleischpflanzende Pflanze haben wir ja auch, wie bei Super Mario. Bloß die Musik hätten so ein bisschen anders machen können, so ein bisschen teppiger, so ein bisschen, so jedes Level, verschiedene Musik, so ein bisschen, aber gut. Ich will mir aber kein Video angucken, ich muss mir jedes Mal ein Video angucken, wenn ich in der Wildschrift habe, danke, vielleicht schon. Die Frage ist jetzt so, ob das da auch runter geht, wo ich gerade war? Ich glaube, das war gerade ein Fehler. Ja, war so, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Oh, oh, ich glaube, jetzt fehlt uns ein Stern. Ne, da komme ich nicht hoch. Oh, das wollte ich gar nicht hoch. Upsala. Oh, eine Rampe. Eine Bohnenrunkel. Ach, schade, ich dachte, vielleicht kommt man da irgendwie weiter. Nein, natürlich nicht mehr. Ist das ärgerlich. Nicht aufgepasst. Und schon. Und schon. Oh nein, nein, ich habe ein Leben verloren. Oh, oh. Ne, wir haben doch keinen Stern. Aber wir haben alle vollständig. Aber es ist doch nicht schlimm, dass wir da oben nicht langgegangen sind. Oh, Snobborn. Oh, bei der 10 bin ich mal gespannt. Da war ein Bösewicht. Oh, nö. Ich dachte, den kann man so kriegen, ohne dass man Werbung sich anschauen muss. Das tut mir natürlich leid mal wieder. Gut, den belassen wir es lieber mit dem anderen gleich. Nicht, dass ich dafür dann auch noch mal Werbung mit euch anschauen muss. Ich meine, mal Bomben haben wir ja mehr als genug, ne? Oh, ich bin der軒, dass ich das hier so mache. Oh, ich bin der軒 ist, dass ich das hier so mache. Im Grunde genommen haben wir ja hier so. Oh, ich bin der軒, dass ich es so mache. Ich kann mir das hier so machen. Oh, ich bin der Mösewicht. Ich kann mich auch ganz gut noch mal nutzen. Oh, ich bin der Müller. Das war der Mösewicht. Oh das war so. Ja, das Sternchen ist gut, aber ich weiß gar nicht, ne, geht gar nicht kaputt. Ich dachte eigentlich, man könnte das kaputt hauen, wie das aus Versehen. Können wir dich jetzt noch her? Gut, dann geht es jetzt einmal hier runter. Hm. 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 Oh, oh. Jetzt. Bup, bup, bup. Och, mein Nuh. Und super sprung. Yeah. Cool. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nee, diesmal gar nichts. Ich will diesmal keine Werbung noch mal gucken. Oh, ein Ei. Janne, ich würde es gerne haben. Oh cool. Also ist Yoshi bloß als Dino-Format sozusagen. Jetzt muss ich nicht mehr laufen, jetzt kann ich auch reiten. und hier. Und hier. Und schon mal. Und hier. Und hier. Und hier. Geheimversteck, aha. Ja, lieber schieß mal die weg, die Stachliegenfreunde. So. Jawollah, und wieder mal. Volle Punktzahl, juhu. Oha, die sind alle sehr sauer. Oha, die sind alle sehr sauer. Du, du, du. Schwuppdiwuppdiwupp. Ja, heute bin ich ein bisschen ruhig. So, und jetzt über Mario, über was ich jetzt sprechen könnte. Oh, aha. Ich habe jetzt gerade ein bisschen überlegt, wie ich jetzt irgendwie weiterkomme. Da war ein Versteck. Hey. Hup, hup, hup. Nein. Nee, ich wollte eigentlich springen. Und tschüss. Mörde erstmal Sternchen und dann können wir runtertuchen. Und tschüss. Mörde erstmal Sternchen und dann können wir runtertuchen. Ja, den wollte ich lieber weg haben. Weil der ist ja doch sehr stachelig. Da der meine Dino-Platte macht. Vielleicht, dass der mich dann auch noch platten macht. Ah, den meine Dino-Platte macht. Ah, den meine Dino-Platte macht. Ah, den meine Dino-Platte macht. So, weiter. Oh, weiter. So, weiter geht's. So, dann geht's weiter mit der neuen. Und dann haben wir die 10 ja auch mal geschafft. Oh. Pup. 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 So, ja, ich möchte sehr groß werden. Mal gucken, wie lange das anhält. Ne, hier war nichts. Ach da. Aber der fährt auch ziemlich weit runter. Oh, nimm mal draufsteigen. Boop, boop, doodle. Oh, ich sieht mal kein Glück. Kein Yoshi. Ah, la Dino. Z-up. Un jup-ti-up. Nea, că mai ia știancin. Tup, tup. Genau. Schnell weg damit. Ich bin mal schon gespannt. Jetzt ist er gleich Level 10 dran. Auf jeden Fall kommt da irgendein Boss, so wie es aussah. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Nein. Oh, nein. Jetzt bin ich klein. Jetzt. Ah. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Oh, oh. Oh. Jetzt müssen wir mal aufpassen. Es ist eigentlich nur ein Leben. Aber jetzt haben wir zum Glück das Level auch geschafft. Ich glaube, ich kriege jetzt wieder genug Leben. Oh, nein. So sieht zur Zeit Sekretärin auch so aus. Oh, nein. so level groß werden so level und ich sage ja wenn man groß ist, ist man besser dran. Ach so, wenn ich klein bin, kriege ich die auch nicht. Na gut, der Mama lieber immer mit den Bomben. Ich bin auf der sicheren Seite, dass man auf jeden Fall kein Leben verliert. Warnung. Oha. 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 Was muss ich jetzt machen? Ihn abschießen mit Bomben? Hm. Ach so. Ich bin schon fertig, glaube ich. Aha, okay. Okay. Einfach nur mit Bomben attraktieren. Oha. 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 Die Stangen hätte ich vielleicht auch mal berühren sollen. Oha. 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 Wenn er mal irgendwie nichts zu tun hat, kann man es gerne spielen. Ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie Super Mario, aber wirklich nur ein wenig. Musik könnte besser sein, Grafik ist in Ordnung. Gehen wir mal von 5 Sterne, die man ja immer so gibt, 3. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Meine halbe Stunde ist leider schon wieder vorbei. Und wir hören und sehen uns. Tschüss.